ja hallöchen und herzlich willkommen zurück meine freunde aus dem spiel empires and puzzles und es geht weiter mal wieder normal lauer berge probieren mal die nummer eins provinz 21 etappe 1 gegner sind hier und wir starten sieben punkte ich habe wieder den diesen hier ohne maske gemacht das ist wieder ärgerlich wenn man das immer vergisst umzustellen aber vielleicht schaffen wir ihn so mal gucken aber das sind harte gegner ich sehe es jetzt schon wieder dass das hart wird haben wir die machen sind wahnsinn machen wir so ich muss ein bisschen in der mitte freiräumen erst kommen machen blot jetzt haben wir einen frei dem auch mal als nächstes dann den hier haben wir weg hier lila ist weg grün haben wir noch wir brauchen die roten um die heilung durchzubekommen das sind leben lassen leben einfach rein damit noch mal heilen und weiter geht's grün rein lila rein wahnsinn wahnsinn das wird extrem hart wieder wir brauchen die heilung dann rein damit alles rein jetzt haben wir keine das ist wieder super gewesen so entgegner wir haben die heilung nicht diesmal im moment geht es noch so kommen auch noch weg ja wohl ein schaden weniger heilung heilung er macht jetzt jeden angriff mit ja wohl weiter so nein nicht den nicht den zerstören hier scheiße der macht schaden jetzt und wir sind weiter wir sind weiter so wir sind weitergekommen kriegen ein bisschen was 2400 punkte also xps erfahrungspunkte und somit müssen wir die gleich verfüttern aber wohin das ist grün und rot wo haben wir das rein rot den können wir hier auch rein hauen die brauchen wir immer wird er nicht voll und grün haben auch noch den grünen den haben wir hier rein oder den haben wir hier rein und haben wir da auch wieder und jetzt müssen wir okay den müssen wir hier noch wieder ausüssen so haben wir den auch ausgerüstet und wir gehen in die zweite etappe wir sind wahrscheinlich zwei bosse von denen kann ich mir gut vorstellen jetzt letzte kommt mal schauen was haben wir denn da für einen ich nicht dass man wie den kleinen nächsten haben aber normal dürfte nichts fehlen grün wir brauchen die auf alle fälle die heilung und die kommt nicht durch die kommt nicht durch das ist wahnsinn was die für schaden machen hier und ich krieg nichts durch so jetzt können wir die erste heilung durch jetzt wieder gekühlt wahrscheinlich nicht und dem müssen wir weghauen gleich wieder heilen der lebt noch hat er gerade noch den schaden durchbekommen so wieder einer weniger und jetzt müssen wir gucken versuchen dass man alles hoch bekommen den haben wir oben den haben wir da haben da fehlt noch ein bisserl so zweite von vier wellen haben wir so jetzt müssen wir versuchen nochmal eben einen weg bekommen hier zwei haben wir weg sehr gut können wir auch weg haben wir auch nichts mehr da so nächste der ist auch weg jawohl und jetzt müssen wir wieder nein nein das wollte ich nicht jetzt das wollte ich jetzt nicht weg haben aber hilft nichts kann man rein gleich heilen wieder bisschen müssen wir rein bekommen schaden gleich wieder rein hauen so der nächste ist auch weg nochmal den heilen wir das ist so jetzt kommen heilung alles hoch da hoch dann brauchen wir hier noch und die grünen hätten auch gebraucht so weg damit aber der grüne ist noch nicht da wie ich gesagt habe zwei von denen scheiß dingen heilung wir machen schon so einen scheiß schaden ich hoffe wir kriegen die hin nein wahnsinn wahnsinn machen die schaden nein das ist so heftig das ist so heftig mit den schaden halte durch halte durch meine freunde wir müssen die schaffen jawohl eine ist weg und heilung komm schon heilung geschafft die sind harte kämpfe hier wenn es wenn wir weitermachen will wo man immer zu kämpfen hat aber gut dass wir weiterkommen das ist schon mal erfreulich provinz 21 etappe 2 jetzt kommen wir zur etappe 3 aber das machen wir beim nächsten mal und das sehen wir uns dann beim nächsten mal an vorher erst noch was haben wir hier noch wir haben das letzte mal gestern in der letzten folge eben haben wir hier ihr wisst es noch oder könnt euch noch erinnern wer jetzt weiß gibt den daumen nach oben wer es nicht weiß kann braucht nichts zu schreiben oder daumen nach unten ist mir egal aber das war schon ein harter kampf so jetzt können wir vielleicht noch eine einen probieren hier der heißt so wie ich mein name den könnten wir schnell schaffen roben gegen roben ich zum studio mal gucken 28 bekommen normal müssen wir es schaffen so schauen wir mal ein heiler das ist der heilerin wo wir jetzt erwischen den müssen wir gleich mal versuchen runter zu bekommen ich weiß nicht ist noch ein heiler hier jetzt heilt er sich wie ich es mir gedacht habe aber den müssen wir runter bekommen der heiler der ist nicht so stark gut der heiler ist down get down alle so den nächsten was macht der der macht viele schaden die ist nicht so stark hier dann machen wir so und dann so komm 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 gut der nächste down den kriegen wir auch weg jetzt und der ist auch vielleicht schon weg okay dann machen wir es so durchgeknallt ja das stimmt allerdings bei mir ist genauso durchgeknallt gut so dann halten wir das auch wieder wieder einen überfall geklärt somit haben wir 523 im moment ich habe ja immer wieder welche gemacht so überfälle bin auch wieder runter gekommen jetzt wieder ein bisschen hoch aber ihr seht es also das war es wieder von diesem video diesen 15 minuten video wir sehen uns im nächsten video bis dahin ciao aus dem xm studio euer robin